Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Sida Kornel hier so mit den anderen und wir spielen TTT. Echt? Hallo? Ja, TTT? Meine Begrüßungen sind immer gut. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Ich fand meine schön, aber die ist ja leider nicht auf Band. Ich habe gerade geschrieben, dass Wollo stinkt. Hey, da hat jemand geschossen. Da hat jemand geschossen. Wer war das? Ich bin, ich bin, ich bin. Wer ist denn da gerade rausgelaufen? Wollo, hast du geschossen? Nein, bitte nein. Da hat er geschossen. Kornel hat sich selbst umgebracht, der ist ins Loch gefallen. Ich gucke mal, ob er Traitor war im Moment. Oh, Kornel. Oh, Kornel. Die Leiter sind schon wieder so asozial ohne Witz. So, da liegt er gekrümmt und er war innocent. Das sehe ich ja jetzt erst, dass ihr da beide drauf seid. Ja. Das ist schön. Ich dachte immer, da wäre nur Mock drauf. Was ist denn das hier? Schmock. Mock? Schmock. Nicht Schmock. Da schießt jemand? Ich bin noch im Ladebildschirm. Bei mir steht Workshop Complete. Passiert da noch was? Hier unten ist ein Button. Hier unten ist ein Button. Das ist vielleicht der Traitor-Tester oder sowas. Der Tester steht auch hier. Hallo? Das ist ein Raum. Der ist beschriftet oder nicht? Wo? Wo steht das? Da steht Tester drauf. Ah, Wollo, okay. Wollo, dir vertraut. Ah, da hat jemand geschickt. Da schießt jemand. Hey, Dreamstar, Dreamstar, Dreamstar. Ne, 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 ne. Ich glaube, der hier war's. Der war der Traitor, oder? Ne, der war Eno. Dreamstar ist es. Die Random Light-Up-Uke. Nein. Wer schießt da? Schießt du? Und was ist das für ein Überschirm? Wer schießt denn hier? Dexter schießt du? Möchtest du das? Oh Gott, Alter. Wollo. Alter, das hat übel geleckt. Ja, das hat so geleckt, dass ich nicht sehen konnte, schießt Dexter auf jemand anderen, der auch gerade auf mich schießt, den ich nicht sehe, oder schießt Dexter auf mich? Ich konnte es nicht sehen. Können wir mal über die riesige Kiste hier reden? Warum ist die Kiste so groß wie ein Haus? Was für eine Kiste? Da ist ein Panzer drin. Die riesige Kiste. Hä? Ich sehe keine Kiste. Hier ganz links. Achso, da. Achso, da. Da ist Dexter nochmal drin. Die sind überall. Die sind so normal in Dust. Haha, Small Cornel. Oh, das wusste ich. Entschuldigung. Nein. Ich skipp euch einen Tipp. Spring nicht in den Brunnen. Sind die jetzt alle auf der Map? Mhm. Ah, ich wollte überleben. Ich hab ne Flammgranate. Ich bin Innocent. Oh, Tester. Ich bin DT. Detektiv. Was bist du? Ich wollte aber Detektiv sein. Detektiv? Detektiv. Na ja, wo liegen denn die Waffen rum? Ich fühle mich da in den Häusern. Hier fühle ich mich gut. Okay. Ich bin im Pistol ausgelesen. Ich fühle dich bei mir gut. Hallo? Hier ist gerade was explosiert. Ja. Achso, wir wollen ja. Hier ist was explosiert. Ja, ich hab da ne Granate reingeworfen. Wieso hast du das nicht direkt gesagt? Ja, aber da war niemand. Wieso hast du das nicht direkt gesagt? Ich hab schon einmal gefragt. Ja? Ja, hab ich jemandem weh getan? Nein. In dem einen Haus brennt es. Warum brennt es denn? Ja, weil die Granate da reingeworfen ist. Da-dü-da-da. Da-dü-da-da-da-da-da. Neuer, wer ist da? Da-dü-da-da-da-da-da-da-da. Warum bist du jemand? Wie bist du denn auf das Haus gekommen? Ja. Hinterher. Tja. Stefan. Guck mal da. Ah. Wer ist da? Das ist scheiße, was alles so geht. Jetzt sammeln wir uns hier. Ne, ich bin weg. Ja, jetzt muss hier ne... Sind alle da? Versammelt euch mal alle vor dem Brunnen! Bist Du Detective? Nein, ich bin kein Detective, eigentlich werde dann entscheiden, wer von euch Traitor ist. Ja, du bist du's oder du wirst uns da? Fällt euch vor dem Brunnen, Moment! Okay, ihr könnt jetzt zum Brunnen! So, dann stimmt! Der wird einfach der Kranat gehen, ey! Jetzt, zum Brunnen! Au! Da ist jemand gestorben Wer denn? Ich glaube, es könnte sein, dass Kegi ihn abgeschossen hat Ich habe keinen einzigen Schuss gemacht Du kannst meine Waffe haben, dann siehst du das Welchen da oben voll ist? Ja, der wurde mit einem 16 getötet Ich habe eine Refile Ich habe auch eine Riffle Ich habe eine Shotgun Okay, das macht euch echt ein bisschen WTF Da ist einfach gerade jemand weggesprankt Das war Kegi glaube ich Oder es war lag Du tust mir nix getektiv Nee, noch nicht, noch nicht auf jeden Fall Wieso bist du wounded, Dreamstar? Also ich bin wounded, weil ich gerade ins Feuer gegangen bin, versehentlich Leg mal nicht ab, Wollo, warum bist du wounded Ich habe es dir gerade gesagt Kegi ist es, Kegi ist es Nein, das stimmt doch gar nicht Das stimmt, ey Oh Mann Wer lebt noch? Ich Ja Und Wollo ist es auf Ja Wollo Sehr gut, sehr gut Wo ist Wollo? Der ist doch tot Ist der nicht gerade gestorben? Oh fuck Wo? Ah Wuhu! 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 Ich habe mich gerade gefragt, warum Wollo an Kegi einfach vorbei ist Wuhu! Wuhu! Achso! Ich habe mich gut geschlagen Die Absperrungen hier gesehen Den gibt's hier Großartig Einfach großartig Warum benutzen wir den nicht? Das ist mit Schwachsinn Ja weil das Ich bin der Detektiv Was soll das denn? Das ist schick, das ist Mobberei Was ist Mobberei? Was ist Mobberei? Was ist denn? Ich mobbe nie Ich bin immer der Liebste hier von allen Was ist denn passiert? Hallo Ich bin auch ein bisschen Kegi Warum kam ich hier? Nee nee, ich wollte noch gucken wer das ist Achso Woher ist das? Oh, da steht einer Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Wer hat den geschossen? Das war Brakely glaube ich Was? Nein! Nee, Schwachsinn Das war voll nah an mir dran Das war derjenige der gerade in dem Haus mal Ich will da nicht reingucken Das bezweifle ich Ich habe einmal geschossen Der musste Dexter Dexter, du bist es Schwachsinn Ich habe eine M16 Das war ein Shotgun Schuss Ich hatte gerade einmal geschossen Ich wollte nicht schubsen Aber es hat nicht funktioniert Einfach so aus Ich habe eine M16 Ja, ich habe eine Shotgun Aber du machst den Aber ich und Wollo waren ja zusammen Das macht dich schon mal auf jeden Fall Ich war nicht mal in der Nähe Ja, ich weiß Aber trotzdem Das ist voll die dumme Argumentation Dichter Marks Weil er es gesehen hat Was? Hä? Auf zum Brunnen Was? Hallo? Woll ist es Nein, das stimmt doch gar nicht Ich habe gesehen wie du den umgebracht hast mein Freund So, Colin war Traitor Jut So, Brakely und Wollo Emoji ist am Brunnen oder tot Nein, ich bin hier Der ist hier Oh Wir sagen, wir legen jetzt alle eine Schweigeminute ein Wir haben einen Detektiv verloren Nee, ist mir egal In diesem Traitor Oh, da schießt einer Okay, achso Ah, Mann Emoji schießt wieder auf die Leichen, ey Ich hasse das Mit dem kann man nicht schon mal spielen Wieso darf ich nicht auf Leichen schießen? Der braucht immer seine Extraburst, ey Jetzt werfe ich Connel in den Brunnen Er hatte zu seinen Lebzeiten so viel Angst vor dem Brunnen Ely, du warst es nicht Du hast die Mann getötet Das weiß ich Im Brunnen wird er diese Angst überwinden Nein Ich kann es nur Dexter Es muss Dexter Oh, ja Ich bin nicht Emoji oder Dexter? Einer von... Es ist definitiv einer von euch Bei Lee ist es nicht, oder? Oh, fuck Was? Ich glaube, Wollo ist es Ich bin es nicht Können wir den Tester nicht einfach mal benutzen? Ja, wir können die Tester benutzen Ihr dürft den Tester an mir gerne benutzen Wenn ihr mir erklärt habt Hey, wer läuft da weg? Emoji, zurück zum Tester Ich hab mir nur eine Granate geholt Jetzt zum Brunnen Jetzt zum Brunnen Hey, wie kommt man denn da hin? What the fuck? Ich krieg Falschhaden Ich bin tot Ihr seid jetzt zum Brunnen fliegen Bleibt besser denn heute Au, 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 au Aua, au, au, au E Bruno Ist Wollo eigentlich schon tot, oder? Warum sagt er nicht? Ah, toll. Also bist du da. Ihr Lacker. Cool Breeze. What? Oh nein, ey Freunde, jetzt sag mir, wer von euch beiden Traitor ist. Entweder Breakview oder MoG. MoG, äußere dich dazu. Ich bin kein Traitor. Ich bin auch keiner. Das ist ja komisch. Und ich bin auch... Außerdem war ich die ganze Zeit bei dir oben. Ich war direkt hinter dir. So, wir gehen jetzt alle mal gemeinsam zum Traitor-Tester, okay? Okay. Freunde, wer innerhalb von 20 Sekunden nicht durch diese Tür kommt, der wird von mir eigenhändig abgeschossen. Warte, ich such ihn gerade. Lee, waren wir nicht bei der oben? Da, wo Fat-Tester steht. Seid ihr eigentlich... Ey, Breakview stellt sich schon wieder so dumm. Das ist unglaublich. Nein, oh, ich weiß, hey. Hey, hier ist doch nur dieser kleine Raum, Alter. Ja, wir sind unten. Ach, ihr seid schon unten. Geh wieder zurück, geh wieder zurück. Zurück. Was, wieder zurück? Zurück darunter. Mir gefällt es nicht, was du hier für eine Führerqualität an den Tag legst. Geh zurück. Du bist kein guter Anführer. Ja, ja, geh du zurück. Geht runter, ihr Pisser. Warum willst du uns unten haben? Warum hast du uns beleidigt? Geh runter, Alter. Für jetzt die Granate, sie wird das entscheiden. Breakley, geh runter. Ah, der hat eine Schockgarten, oh mein Gott. Geht doch jetzt runter zum Pessler. Oh, ein Disco-Kombobulator. Ja. Wo ist denn hier der Pessler? Bleib da stehen. Das wird lustig. Hui. Alter, siehst du? Das kannst du doch nicht machen. Ich hab gesagt, ein Disco-Kombobulator. Geht jetzt runter zum Tester, bitte. Ja, okay, danke. So geht's auch. Oh, Mann. Endlich. Ich denk, du bist so dumm. Breakley, reingest du dich vom Tester rum und sagst. Weil die schon die ganze Zeit unten standen. Ja, das hab ich nicht gecheckt. Und er steht da, komm durch die Tür. Ey, aber Cornel, sorry. Ich glaub, ich hab's gesagt, er ist schon tot war. Kann das sein? Ja, hast du auch. Tut mir leid, tut mir leid. Naja, ist nicht schlimm. Sagt mir doch, dass ihr beide schon unten seid. Ja, Cornel, du hast mich eiskalt getötet. Ja, ich dachte, du hast noch ein anderes irgendwo drin. Ich hab dir noch gewunken. Ich dachte, du hast einen extra irgendwo hinrauben gehabt. Weißt du was? Seid er so raus. Den ich nicht sehe oder so. Ach so. Das hat echt viel Spaß gemacht. Also, jetzt wissen wir alle, wo der Tester ist. Ich hab nur für Dreamstar dann zu lange gebraucht. Eigentlich hätte er mich schon töten müssen. Wollt ihr bei so wenigen Leuten Tester benutzen? Nein, wir benutzen keinen Tester. Wir benutzen einen Tester. Das hat keinen Sinn bei so wenigen Menschen. Tester sind für so Public- Ich geh mal einfach in den Tester rein. Da ich ja die Tänkdiff bin, kann ich das ja ohne Bedenken tun. Ich hab das mit dem Tester. Wo legen hier denn die grünen Waffen? Wo sind denn hier die Skubiulo-Dinger? Lol, was ist denn hier schon wieder los? Feuer! Ich hab Feuer gebraucht und das hab ich aber auch angesagt. Alter, ich hab Feuerschaden. Das macht aber auch keinen Sinn. Ich wollte eine andere Granate. Und Granaten kann man nicht fallen. Hier liegt der Leiter, das ist ja lustig. Hallo? Na! Oh, Colin. Ich hab Feuerschaden bekommen. Disco-Kombo-Ulaser. Den wollte ich aber nicht. Den wolltest du nicht. Den seid so ein Haufen Chaosköpfe. Das gibt's ja nicht. Wer schießt denn hier? Wer schießt? Ey! What the fuck ist hier los? Guck mal, Dexter, wo bist du? Ich bin hier in der Ecke. Hat hier mal eine Granate reingeworfen. Dexter, guck mal. Oh, Rollo, was geht schon wieder so? Ja, weil du da... Die Leiter, die ist festgestaut. Ich will kein Disco-Kombo-Ulaser. Ja, ich weiß, dass die da rumliegt. Ah! Dexter, das ist drin. Ah, Mann, was ist denn hier los? Ah, es ist doch keine Lochgranate. Scheißgranaten ohne Witz. Ich bin alle fliehen durch die Gegend, ey. Ich bin eine coole Granate. Ich explodiert alles. Wo sind denn die Disco-Kombo-Ulaser? Ich bin alle Granaten für MOG. Das ist nicht gut, ey. Scheiß, man. Ich bin dir nur den Schrott, das heißt, ich muss den Schrocken wegschauen bekommen. Ich hab Falsch haben bekommen. Ah, stimmt. Wo sind denn die Disco-Kombo-Ulaser? Da drinnen bütet MOG. Das Haus was raucht. Ey, MOG? Schon wieder? Ja, was denn? Wo sind die Disco-Dinger? Disco-Dinger? Hier in dem Haus, wo ich drin bin. Hier, wo alles klar ist. Was denn? Echt, das macht Spaß. Entschuldigung. Wo liegen die denn? Warum finde ich nicht die Brandgranate? Wo ist die? Wie heißt die eigentlich, die Brandgranate? Wie heißt denn die? I-irgendwas. Hallo? Achso. Intrindarium. Da liegen da jetzt keine Granaten mehr rum. Oh, es sind alle Granaten weg. Ich hab sie! Hilfe! Zum Brunnen! Zum Brunnen. Okay, komm. Oh nein. Ah! Die ist nur so voll. Wieso fliegen immer noch Granaten durch die Gegend? Eigentlich müssten jetzt alle weg sein, so langsam. Okay, wir stellen uns alle hier und dann wird der Zufall entscheiden, wer Traitor ist. Willst du mich fragen? Dann mach ich nicht mit. Dann mach ich nicht mit. Dann mach ich nicht mit. Ohne Scheiß. Emoji ist so gefährlich hier. Emoji. Guck mal. Guck mal, ich bin Superman. Guck! Guck mich an! Ich bin Superman! Uli! Wo bist du denn? Nein! Wer war das? WTF? Hey! WTF? Da! Da! Kegi! Ich bin's nicht. Ich bin's doch nicht. Hä? Dreamstar, war's nicht? Hä? Danke, dass ihr euch am Brunnen zusammengekauft. Dann musst du Brakely. Ach, ich bin behindert. Ja. Ah doch, der war Traitor. Wollte grad sagen. Warum schießt der? Ich wollte mich an Korne rächen und deshalb. Warst du Traitor? Ja. Ich hab'n Traitor-Kill. Ich hab'n Traitor-Kill. Ich hab'n Traitor-Kill. Ich hab'n... Ja, das war jetzt... Wollte mir den ganzen... Ich wollte auch sehr viel und du hast mich getötet. Können wir jetzt wieder richtig spielen? Das würd ich du jetzt nicht sagen, Kegi. Ohne Scheiß, MOG. Hör' bitte auf, die ganze Zeit Granaten rumzuschleppern. Bitte. Ich wollte nur die Flammgranate, aber wusste nicht, dass das so ausartet. Eine Runde ist das okay. Du weißt schon, dass du Granaten noch wegwerfen kannst, so... Nein, das geht nicht. Du musst sie nicht einsetzen. Ich möchte da nicht rein. Er hat gesagt, das geht nicht. Achso, okay. Das geht ja. Natürlich, mit Kuh kannst du alles äh... ne? Kannst du alles reiten? Zum Beispiel. Ey, jetzt reiß' aber! Ich will auch mal Traitor sein. Mann ey, schon wieder den Scheiß-Detective abbekommen. Ich hab' dich alle mit der Plane danach gefühlt. Der Brakely, ey. Jetzt reißt! Der lügt, der ist Traitor. Du weißt, Brakely ist Traitor, hab' ich gehört. Wieso schon wieder? Du warst ja grad noch Traitor. Aua! Nein, ich war grad eben auch Detective. Warst du nicht grad... hä? Warst du grad... Er war grad eben auch Detective, das stimmt schon. Hä, wir waren grad mein Partner. Dexter. Ich war dein Partner. Achso. Voll vergessen. Achso, Dexter, weil der am lautesten geweint hat. Wie lustig. Wie lustig das ist. Was ist lustig? Geh weg mit deiner... Hallo. Geh weg mit deiner... Ich wein. Hä? Dreamstar ist gefährlich. Ja, wegen Emoji und so. Wegen Garten. Ja klar. Ich hab noch niemals zur Waffe. Hilfe, wer hat denn... Wer hat denn da jetzt auf mich geschossen? Okay, der auf dem Dach. Wer ist da aufs Dach gegangen? Hä? Weiß ich nicht. Moment, Moment. Wer ist da? Der Kegi ist auf dem Dach. Ja, also sind ganz schön viele Leute auf dem Dach. Und der hat gesnipert. Ich hab noch volle Munition. Wer hat doch geschossen? Irgendjemand hat gesnipert, Kegi hat ne Sniper in der Hand. Ich hab noch volle Munition. Dreamstar, guck mal ganz. So, wie soll ich das sehen? Ja, indem du sie aufgeben. Oh! Nehmen sie auf. What? Das ist die Granate. Der ist gestorben. Wird da weggehen. Der hier. Ah! Ist der mal tot? Ich hab gesagt, ich würde da weggehen. Korne war's. Ist doch wieder Granaten. Korne hat unnötig gezündet. Achso, oh Korne. Korne, schwache. Schwache. Das gehört unnötig. Ich glaub, der ist Traitor. Ja, das gehört. So, damit hätten wir schon mal einen Traitor weniger. Das macht die Sache ein bisschen komplizierter. Was? Zwei? Wird der Indosant bitte runterhüpfen? M-m. Wollo? Was denn? Du Indosant. Ich werde hier bestimmt nicht runterspringen. Komm, Wollo, du springst jetzt. Bist du bekloppt? Warum soll ich hier runterspringen? Nee, du kannst einfach runtergehen. Den Weg nicht. Bin ich doch. Ich bin unten und jetzt bin ich hier drin. Ich bin Traitor oder was? Doch geh hoch und springen. Ja, jetzt freu ich mich auf jeden Fall schonmal. Weil da oben hast du eher ne... Was machst du da? Smoke Grenade werfen. Warum? Weiß ich nicht, weil ich die hatte gerade. Ich bin aufversehlich drüber gelatscht, Mann. Ihr macht mich fertig. Das gibt's nicht. Ey, Moji, du hast doch Granatenverbot. Was soll denn das? Ich hab nur eine geworfen. Du hast Granatenverbot. Ich hab nur eine geworfen. Aua. Wer ist das eigentlich röstlich? Hm, lecker. Ich nehme ihn dann mit, wenn er durch ist. Leichenstellung ist illegal. Ich will jetzt keine Leichenstellung, das ist Kalibantist. 4,5. Dreamstar folgt mir so komisch mit seiner Shotgun hier. Ich mach gar nichts. Als ob er mich gleich unterringen wollte. Ja, komm. Ja, ich bin auch bei dir. Los, tu es, Dreamstar. Tu es. Komm, Dreamstar. Töte mich, Dreamstar. Nimm deine Waffe jetzt. Nein. Na, schade. Ich wollte Cornel doch wiederbeleben. Ich wollte ihn gerade wiederbeleben, ne? Ja, jetzt willst du auch einen. Ich wollte ihn gerade wiederbeleben, weißt du da? Guck ich da wieder zur Leiche hin? Ist die Leiche weg? Alter. Ist doch wohl ein Witz. Wedelt der Typ mit der Leiche da rum? Das sah lustig aus. Der haut sich einfach so vor die Auswand. Aber Rolo, ey, ich dachte so. Warum machst du das, wenn du von überall gesehen werden kannst? Ja. Weil wir die ganze Zeit... Erstmal richtig umgucken. Hätte ja eh nichts gebracht. Oh komm, schon diesmal bin ich doch Traitor. Ich wollte es mal versuchen. Ich hoffe es auch, ich hoffe es auch. Wir hoffen doch alle. Hoffen, 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 hoffen. Wir hoffen doch alle. Und enttäuschen. Ohhhh. Ohhhh. Verdammt, Alter. Detective. Boah, der hat sich voll fröhlich angehört. Oh, endlich Traitor. Oh, ich war gerade Traitor. Ich bin ja für Cornelis 12. Das ist ein SP 500. Was, nur ein Schuss? Alter. SP 500? Ohohoho, wer will instant gekillt werden? Ne, das ist eine One-Shot-Dings. Ja, das ist eine Detective-Waffe. Also wenn du damit triffst, ist der Tod auf jeden Fall. Also... Hallo. Ich glaube, er macht den 100%. Wer ist das? Dreamstar. Der ist verrückt. Entschuldigung. Der läuft immer mit seiner Scheiß-Shotgun rum. Ich hasse dich, Dreamstar ohne Witz. Ich bin Superman. Ich bin Superman. Ich war natürlich nur ein Witz, ne? Ja. Ich bin Superman. Nein, nein! Dreamstar und ich, wir lieben uns. Ich habe eine sterbende Leiche gehört. Ist da jemand entfunden? Ja, eine sterbende Leiche. Der Brunnen ist leer. Nein! Ich habe einen Knappen gehört. Ich habe einen Falsch anbekommen. Ey, hör doch auf! Wer hat hier noch geschrien? Gewollbar. Ein Schuss, ein Treffer, ein Tod. Warum hast du denn getötet? Wieso bist du nicht gestorben? Ich habe dir den Kopf geschossen. Ey, das war Threat 1. Ja, dann ist gut. Okay. Okay. Wer lebt noch? Dexter war's. Was war ich? Ey, Dexter sage ich. Dexter, sorry. Dreamstar lebt noch. Dexter war, glaube ich, hier rechts, oder? Ja, Dexter lebt noch. Ich bin hier auf dem Dach. Ach, auf dem Dach. Hallo. Hör auf, hä? Das heißt ja, Wollo lebt. Nee, Wollo ist tot, stimmt ja. Wollo ist dann falsch angestorben, ja. Okay. Ach, Lee. Da haben wir noch. Lee, Cornel. Wen haben wir noch? Dreamstar. Den Detective. Alle außer Kegi und Wollo. Okay. Okay. Emoji ist Detective. Emoji ist Detective. Emoji ist Detective. Das heißt, Cornel, Dreamstar, Brakely, oder... Einer empfiehlt Dexter, Dreamstar oder Cornel sind's auf jeden Fall. Tötet mich, wenn ihr wollt, aber ihr werdet nicht glücklich. Okay. Nein, das war's. Ich wollte mich jetzt nicht töten. Cornel darf ich. Lee ist hinter mir. Wenn ich tot bin, war es Lee. Ey, ich bin Dreamstar. Ach so. Ihr seid hinter Dexter. Weißt du, Dreamstar rennt immer allen Leuten mit der scheiß Shotgun hinterher. Ich will Superman spielen. Ich muss ja hier ein bisschen... Ein bisschen provokant. Superman! Supermensch. Sehr provokant. Was machst du da, Cornel? Warum springt die mich nicht? Er will wieder Selbstmord begehen hier. Ich will, dass die mich so nach oben, weißt du, dass ich so die Superman vom Dach fliege, aber es klappt nicht. Aha, Dexter. Jetzt bin ich abgeworfen. Die wird runterfallen. Rauchgranaten. Hey, ist die da oben jetzt? Wo ist die denn? Ach da. Ich bin ja irgendwie für Cornel, aber weg. Ja, ich bin auch für Cornel. Lass uns abstimmen, demokratisch. Lass uns abstimmen, wenn wir töten. Wenn ihr keine Ahnung habt, dann ist es immer Cornel. Jedes Mal liegt ihr falsch. Jedes Mal. Jedes Mal. Every time. In die Kommentare werden wieder alle Menschen schreiben, die verdächtigen Corneln immer zu Recht. Immer. Aber dafür war ich auch immer nett zu deiner Leiche. Und niemand schreibt es. Wollte nicht essen. Das wurde schon so oft geschrieben, Dexter. Ich habe dich gegessen. Okay. Warum drehst du mir einen... 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 Warum vertraust du mir einen... Ich bin Detective. Dreamstar. Ja, das musst du dir auch mal machen. Dreamstar. Ich finde das sehr voll scheiße. Ich kann nicht mehr. Geh weg. Nein, hier ist es aber nicht schön. Du bist doch immer gut. Geh. Jetzt gehts wieder. Danke. Meine Fresse, ey. X-Call, mach doch mal was. Komm, mach mal jetzt hier ein bisschen Action, also... So geht jetzt. Das sind diese... Binocular-Teile. Binocular. Alter. Wird das ausgesprochen. Ich dachte, die schubsen einen weg. Ist das auch... Was ist das? Ne Smoke, ne Smoke ist das. Ah, okay. Oh, ich habe noch eine Granate. Los. Oh, Dexter ist es. Dexter ist es. Ach, Mann. Ja, das ist scheiße jetzt. Kein Problem. Das hat übel geleckt. Oh, das ist oben. Kein Witz. Das ist ein Problem. Nein, ich habe keine Waffen haben. Oh, Mann. Oh, super. Ey, es hat saugeleckt in dem Moment. Gut, das war's. Wir wünschen euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Nein. Nicht Slender, seid ihr verrückt. Ah, Slender ist kacke. Tschüss. 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 Tschüss.